wollen wir nicht alle schlank und entspannt in und durch die wechseljahre kommen die besten jahre unseres lebens erleben ich bin dafür und wir selbst haben so viel mehr in der hand als wir glauben denn was bringt uns die nächste diät und das verzichten wenn wir am ende frustriert aufgeben da es ja wieder nicht funktioniert hat und uns obendrauf verschiedensten wechseljahres beschwerden plagen hey ich bin war la ernährungsberaterin und ich begleite frauen damit sie schlank und entspannt in und durch die wechseljahre kommen oft kommt es bereits ende 30 zu den ersten hormonellen schwankungen und ja auch ich war noch gar nicht darauf vorbereitet auf einmal greift die hose ohne dass wir unseren lebensstil verändert haben wir schlafen schlechter und sind nicht mehr so stress resistent und das ist nur ein kleiner auszug der symptome die uns körper und auch das hormonsystem funktioniert wie das feinste uhrwerk gerät dieses durch hormonelle veränderungen in den wechseljahre ins ungleichgewicht reicht es auf einfach nicht mehr aus kalorien zu reduzieren oder oder eine diät zu starten gerade deshalb habe ich einen prozess entwickelt mit dem du jedes einzelne rädchen in einklang bringt es ist ein onlinekurs für den ganzheitlichen weg durch die wechseljahre ein weg der ich schon mit vielen frauen gegangen bin liebe dich selbst so sehr dass du dir genau jetzt die zeit nimmst um dich mit deinem körper und deinen hormonen auseinanderzusetzen nicht nur um dein gewicht zurück zu erobern sondern auch freude energie leichtigkeit in dein leben zu lassen ich bin mir sicher deine besten jahren kommen noch lass uns gemeinsam auf die reise gehen nähere infos findest du auf meiner webseite www.traumspiegelbild.de viel liebe pavla